Todesopfer und große Schäden durch Hurricane Florence und Typhoon Mankut Zwei gewaltige Stürme ereigneten sich Ende letzter Woche und am Wochenende in gegenüberliegenden Teilen der Welt. Am vergangenen Freitag traf Hurricane Florence in North Carolina in den USA auf Land. Am Samstag erreichte der Typhoon Mankut die Philippinen und dann später am Samstag und Sonntag Hongkong und Südchina. Hurricane Florence verursachte Rekordregenfälle. In North Carolina fielen 88,9 Zentimeter Regen und in South Carolina 50,8 Zentimeter. Mindestens 36 Menschen wurden getötet. Viele der Todesfälle wurden durch Hochwasser verursacht. Mehr als 100 Straßen wurden gesperrt und eine halbe Million Haushalte und Unternehmen sind ohne Strom. Die Kosten der durch den Sturm verursachten Schäden werden auf 22 Milliarden Dollar geschätzt. Mindestens 86 Menschen fielen Typhoon Mankut zum Opfer, darunter Dutzende, die bei einem Erdrutsch auf den Philippinen ums Leben kamen. In Hongkong verursachten Windgeschwindigkeiten von bis zu 173 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 223 Kilometern pro Stunde große Schäden. Scheiben gingen zu Bruch, Baukräne stürzten um und Dächer von Hochhäusern wurden abgedeckt. In Südchina wurden mehr als 2,5 Millionen Menschen von dem Sturm in Sicherheit gebracht. Das waren zwei wirklich schreckliche Stürme, Clara. Man kann sich kaum vorstellen, so etwas erleben zu müssen. Da hast du recht. Für einige der Betroffenen wird es sicherlich sehr lange dauern, bis die Schäden beseitigt sind und wieder Normalität einkehrt. Es ist schon seltsam, dass sich die beiden Stürme genau zur gleichen Zeit ereignet haben, oder? Ja. Ich habe gelesen, dass es ungewöhnlich ist, dass der Atlantik und der Nordwestpazifik, wo Taifune vorkommen, gleichzeitig aktiv sind, was Wirbelstürme betrifft. Das ist wohl erst das dritte Mal in fast 50 Jahren, dass so etwas passiert ist. Ich finde, wir sehen in letzter Zeit zu viele Anomalien. Die Hitzewellen in Asien und Europa, Dürren, Waldbrände. Wissenschaftler sind sich immer noch nicht ganz sicher, welchen Einfluss der von den Menschen verursachte Klimawandel auf Hurricane und Taifune hat, Michael. Aber sie wissen, dass diese Stürme aufgrund des durch die globale Erwärmung verursachten Anstiegs des Meeresspiegels höhere Sturmfluten und mehr Niederschlag mit sich bringen. Letztes Jahr war das heißeste Jahr in Bezug auf die Meerestemperaturen. Dieses Jahr werden wir diesen Rekord wahrscheinlich brechen. Clara, ich bin nicht optimistisch, was das nächste Jahr betrifft.